bin da so eingang personal als du willst was anderes kanalisation kanalisation genau genau ausgang personal mache ich einfach häufer fern den anderen quatsch brauchen wir nicht als wahl wie fährst du mir gegeben 30 na gut dann macht bereit und dann okay das haben wir das haben wir alles nicht das für scheiß masken hätte sie auch kaufen können noch als vorbereitung aber das finde ich auch geldverschwendung okay okay ach so die gepanzerte ist kannst nicht sprinten okay wir ziehen die aber trotzdem an ja wir schießen uns ja eh den weg frei schießt es machen wir heute oder ist noch was markiert ist das von dir oder von mir da fahren wir jetzt nicht hin also von mir ist es eigentlich nicht ich hab nichts markiert ist ja dann ist von mir okay ich bin vorher noch ein paar gekauft die wird man auch wenn ich auch brauchen was alle player blablabla 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 hermische sprengladung das ist ja für hier vorne mensch jetzt muss einer hin rennen ich red schon mal aber vermutlich bist du vor mir ja siehst du ist vor mir vor allem du versteckst dich dahinter und ich ja klar klar verstecke ich mich dahinter was soll ich sonst tun ein mutter kommt da noch ich glaube am anfang nicht komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme steck einfach rein sobald du so weit bist rein stecken folge dir dann okay los geht es steck ihn rein wenn du mir das schon so sagst ja steck ihn rein ich schaue immer rüber zu dir und dann sehe ich wenn du bereit bist und ich war ja schon bereit oder sobald du e gedrückt hast und dann eben und rein steckst dann folge ich dir ich habe jetzt automatisch eine neue weste bekommen komisch so sprengstoff weg da bombe zünden habt ihr schon gemacht ok ich mache hier mal thermische ladung dran und sammle dann c ein also bei t also bei i und f also bei i und f ja man muss erst erstes die thermische ladung machen ne braucht man ein bisschen zeit du scheiße ja man kann es nicht parallel habe ich auch gerade gemerkt ich beginne zu sammeln jedenfalls ich beginne zu sammeln jedenfalls ich beginne zu sammeln jedenfalls c habe ich jetzt gehe ich zu d wo soll ich nachher mal schauen also ich bin jetzt bei f a und a und b ist da noch offen neben hier haben wir ja so oder so alarm hier können wir dann giftgas drin bleiben wo das wird aber knapp du offen kannst du sehen sehe ich nicht sieht man nicht ich gehe hacken du sammelst ok also ich gehe thermische sprenglager bleiben ist zu ist zu das sollte ja noch klappen ja wie gesagt es ist hier kann man sich ja vergiften lassen ist aber echt knapp offen offen ich gehe raus ja geh raus oder du kannst noch bohren bringt es auch nichts ich komme ja so langsam runter ich gehe zurück mhm Du musst auch deine Keycard-Swipe auf dem Weg raus sinken. Hier haben wir ja Waffen. Wir hätten noch bessere Waffen irgendwo, die wir holen können, aber... Ich auch? Ich dachte... Nee, bessere Waffen kannst du hier nicht holen. Das ist das, was du gemacht hast. Und wir sind noch nicht aus dem Wald. I got bitches on my dick and in my balls. Achso, du hast die MP. Ich hab das MG in der Hand, deswegen... Kannst auch das MG in die Hand nehmen. Loser! Jesus! Christian! Wie ist das? Ich weiß nicht. oh nein wir müssen ja hier spezial gegen holen drückt mir auf ja was gucken dass ich hier nicht abgeschossen werde hatte jetzt mal auf um die bunkel ich lass los ja das komme ich alleine hast du verlierst mehr geld als ich gewinne ich komme holt mich raus hier ok hier ist zu kommen sie hier an mit ihren kleinen pistolen die kleinen ein penner machen wir hier auch mit dem heli oder ja ja auch mit dem heli jetzt ist aber der weg und das jetzt vorgehen wir nach rechts oder oder auch wieder hinten rum ich glaube also entweder direkt an den polizisten vorbei vorne durch und hier einfach abschießen oder hinten rum machen vorne durch haben wir weniger zeit und jetzt gleich rechts ok stehen wieder dahinten haben wir ein privatfahrzeug irgendwo ne bist ja nicht weit dahin kommt ein bus was er ist fast da nicht bewegen kann ich mal aber hintenrum auch scheiße meine ganzen alten panzerungen los werden hier von irgendeinem ich glaube von 4th of july oder so hatte ich noch so viele olle panzerungen so wird man die ganz gut los jetzt hier hoch ok ach so der weg ok schmeißt mich über den haufen der kleine und nicht zuerst doch ich also ich 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 Wow, we really kicked the heart in's nest. It's amazing how fast the police response time is when the guy calling 911 is a billionaire, and of course should I say, X-Millionaire after his next insurance premium comes through, and economic justice is a beautiful thing. Ich gucke, äh, St. Cooler River wieder. Okay. Wo wir gestern auch noch Zeit verloren haben, ist hier beim Davonfliegen, da habe ich einmal nochmals Polizei bekommen. Also da hatten wir auch ein paar Sekunden noch verloren, weil am Schluss mussten wir ja warten. Ja, stimmt. Aber das ist immer so idiotisch, die spawnen ja da ganz spontan immer wieder. Ja, für Elite bei Aggressiv brauchst du ja 40 Kopfschüsse oder so. Mhm, ja. Das ist ja, also zu viert mag das gehen, aber zu zweit ist glaube ich schwer. Jeder hat 20 Kopfschüsse. Ja, wenn man es öfters spielt und genau weiss, wo die stehen, ja dann mag das gehen. Aber jetzt hier bei uns, wenn wir das seit langem wieder mal spielen. Oh, perfekt. Sehr schön. So, jetzt hoffe ich, dass ich meine Vorbereitungen noch habe, weil das war auch so ein Bug, dass er zum Teil da die Vorbereitungen überschreibt. Zeit wäre gut gewesen. Zeit wäre gut gewesen. Oh. Sechs Stück haben gefehlt. Bei mir mehr. 80 Kopfschüsse und 34. Ist mir angegeben. Ach 80 muss man haben sogar. Mhm. Ach so. Oh. Jeder führt sich auch noch. Mhm. Ja, insgesamt 80 und 34 hatten wir. Also jeder 40. Also enorm viel und wir haben es mal, wir waren wirklich, wir waren mal zu viert und haben uns wirklich Mühe gegeben und waren wirklich gefühlt sehr gut. Alles Kopfschüsse und so und es hat, es hat nicht gereicht. Es war dann irgendwie 78 oder so und dann hatten wir das Gefühl, hey, es ist gar nicht möglich, weil man muss da extra noch rumlaufen und Leute suchen, denen man in den Kopf schiessen kann, dass man das überhaupt erreicht. Ja. 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 Es ist richtig. Ja. Und dann, ja.